Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Die UFO-Polizei. Ein Nachtrag zu den Breaking News vom Wochenende. Elisondo, das große Rumoren. Das lang erwartete Buch von Lou Elisondo erscheint nun endlich nächste Woche. Dazu ein paar Ankündigungen und Gedanken. Kirkpatrick kann es nicht lassen. Und schon wieder ein neues UFO-Interview mit dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick, der ja bekanntlich keine UFO-Interviews mehr gibt. The Good Trouble Show. Nadeln im Heuhaufen. Matt Ford ist wieder da und hat viel zu sagen. So manches davon lässt aufhorchen. Noch mehr UFO-Wissenschaft. Die Society for UAP Studies hält ihre Jahreskonferenz ab. Unter anderem über OILs. Videotipps. Allgemeine und auch welche mit persönlicher Beteiligung. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die Vereinigung der Polizeichefs der größten nordamerikanischen Städte, bei uns würde man sie Polizeipräsidenten nennen, intern ein großes Dokument zur UAP-Frage veröffentlicht hat. Allerdings ist das elfseitige PDF, obwohl intern, öffentlich zugänglich. Und ist eine der präzisesten und genauesten Zusammenfassungen der wichtigsten Geschehnisse rund um dieses Thema, die ich je gesehen habe. Am Wochenende hat UFO-TV in Form von Breaking News darüber berichtet. Ich empfehle jedem, der es noch nicht gesehen hat, sich dieses Video anzusehen. Alle wesentlichen Informationen zu der Sache finden sich dort. Link zum Video in der Beschreibung und vielleicht sogar jetzt gerade über mir. Jedenfalls handelt es sich bei dem Dokument um eine Richtlinie von und für Polizeichefs in Nordamerika. Es trägt den Titel Reference Guide UAP und befasst sich mit Themen von historischen UFO-Untersuchungen der amerikanischen Behörden, über Aussagen von Whistleblowern, legislative Aktivitäten im Kongress, Tätigkeiten des Pentagons und anderer Teile der US-Behörden bis hin zu der Beschäftigung mit dem Thema durch die NASA. Durch die Nationale Flugsicherheitsbehörde FAA sowie Regierungsorganisationen anderer Länder, wie etwa GEPAN in Frankreich. Genaueres dazu wie gesagt in den Breaking News. Hier nur noch eine nachgereichte Einschätzung. Auf Anfragen von Journalisten, wieso man diesen Text überhaupt veröffentlicht hat, hieß es von Seiten der Polizeivereinigung, es handele sich um eine sogenannte Zukunftsinitiative. Im Rahmen dieser Initiative würde man Texte veröffentlichen, die auf Themen eingehen, die für die kommende zukünftige Polizeiarbeit vielleicht von Bedeutung sein könnten. Und tatsächlich findet sich an derselben Stelle, an der der Reference Guide für die UFOs als Teil 2 zu finden ist, auch ein Teil 1 zum Thema Künstliche Intelligenz. Wie es von der MCCA heißt, würden weitere solche Dokumente folgen. Nach dieser Auskunft könnte man die Sache nun leicht als futuristisches Gedankenexperiment abtun. Aber so liest sich das Ganze nicht. Es geht in dem Dossier ganz konkret um den aktuellen Wissensstand zur ORP-Frage, verbunden mit ein paar dezenten Warnhinweisen, inwiefern das Thema die konkrete Polizeiarbeit beeinflussen könnte und tatsächlich bereits tut. Etwa in Form von Anrufen bei den Notfallnummern durch die Bevölkerung. Ohne allzu viel hineinlesen zu wollen, gilt für dieses Dokument wohl dasselbe, was auch für den umfangreichen Schumer-Rounds-Gesetzesentwurf gilt, in dem höher entwickeltes, nichtmenschliches Leben über 120 Mal erwähnt wird, zusammen mit Backengineering und biologischen Überresten. Niemand stellt so etwas nur aus Jux und Hollerei zusammen und präsentiert es dem Senat. Ebenso würde die Vereinigung der amerikanischen Polizeipräsidenten nicht einfach ein umfassendes UFO-Dossier zusammenstellen, wenn sie nicht daran glaubten, dass UAPs auch als reale Problematik für die Polizeiarbeit existieren. So eine Veröffentlichung muss die Aufmerksamkeit zumindest des gesamten Polizeiapparats erregen, auch wenn größere Medien wieder einmal nicht darüber berichten. Und ohne verschwörerisch zu werden, die Veröffentlichung dieses Dossiers könnte durchaus Teil der vermutlich gerade laufenden Soft-Disclosure sein, also die langsame Enthüllung, über die dieser Kanal immer wieder und ausführlich in der letzten Folge berichtet hat. Wer sich das Dokument der City Chiefs selbst ansehen möchte, Link in der Beschreibung. In ziemlich genau einer Woche, je nachdem wann ihr dieses Video seht, erscheint das Buch von Lou Elizondo. Es ist also sozusagen imminent, denn das Wort bedeutet ja so viel wie unmittelbar, unmittelbar bevorstehend. An dieser Stelle wurde bereits öfter darüber berichtet, auch über die Leaks und ein wenig über den Inhalt. Mehr dazu diesmal nicht. Dafür ein paar Ankündigungen und Prognosen. Das Buch erscheint offiziell am 20. August. Ob es da erst versendet wird oder bereits bei den Vorbestellern eintrifft, weiß ich nicht. Jedenfalls wird das E-Book und die Audioversion garantiert bereits an diesem Tag erhältlich sein. Laut meinen Recherchen erscheinen amerikanische Audiobooks um Mitternacht ist Standard Time, also Ostküstenzeit. Das bedeutet, dass das Buch bei uns am Dienstag ca. um 6 Uhr früh erhältlich sein wird. Dienstag ist immer der Produktionstag dieser Wochenschau, damit sie am Mittwoch erscheinen kann. Eine ehrliche, genaue Analyse kann ich daher in den UFO-TV-News der nächsten Woche noch nicht geben. Allerdings wird zu diesen Zeitpunkt der Wirbel sowieso überall losgehen. Alle Experten werden sich darauf stürzen, es Speed lesen und scannen, schnell die wichtigsten Details herausgreifen und sofort in Podcasts und auf Twitter publizieren. Dazu hat Lou Elizondo für den 22. August eine Online-Stellungnahme angekündigt. Und vielleicht geht dann ja auch zeitgleich die angekündigte begleitende Filmdokumentation online. Vermutlich auf seinem eigenen YouTube-Kanal, über dessen Entstehung dieser Kanal damals berichtet hat. Sehr lange war darauf gar nichts zu sehen. Aktuell gibt es einen Trailer für das Buch und einen Ausschnitt aus dem Audiobook. Was ich damit sagen will. Statt einer Schnellschussreaktion möchte ich mir den Trubel lieber erst ein paar Tage ansehen, um dann zusammenfassend, einordnend und bewertend zu berichten. Vielleicht dann gleich am Wochenende als Breaking News, spätestens aber in der Wochenschau darauf. Es lohnt sich daher auf jeden Fall diesen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten, dann werdet ihr automatisch über neue Uploads informiert. Allerdings. Allerdings wird es wohl ein anderes Forum geben, bei dem ich mich gleich nach dem Erscheinen über meine unmittelbar ersten Eindrücke äußern werde. Näheres dazu, wenn es offiziell ist. Natürlich auch als eigener Newsbeitrag für Abonnenten und Abonnentinnen. Also wer weiß, was nächste Woche wirklich bringt. Aber vielleicht ist die Enthüllung ja iminent. Nach dem großen Debakel seines Interviews mit Stephen Greenstreet, dieser Kanal hat wirklich ausführlich darüber berichtet und ich empfehle jedem, der es noch nicht gesehen hat, dringend, sich dieses spezielle Feature anzusehen, hat der ehemalige Leiter von Arrow, Dr. Kirkpatrick, der wunderbare Dr. Kirkpatrick ja erklärt, nie wieder Interviews zu dem Thema geben zu wollen. Eine seiner offensichtlichsten Unwahrheiten. Denn nur ein paar Wochen später gab er schon wieder ein neues UFO-Interview. Noch dazu auf sozusagen feindlichem Territorium, nämlich dem auf Enthüllung gebürsteten The Hill-Journalisten Marek von Rennenkampf. Nur um sich auch dort wieder in neue Unwahrheiten zu verwickeln. Auch darüber haben wir berichtet. Eigentlich sollte man also meinen, inzwischen hätte er es gelernt. Aber nein, Dr. Jean gewährte gerade schon wieder ein neues Interview über seine ehemalige Tätigkeit. Und das allein ist schon seltsam. Denn Ende November war der ehemalige Arrow-Direktor, ja, von seinen Posten zurückgetreten. Und leitet seit dem Frühjahr dennoch federführend, die große PR-Kampagne des Pentagons unter dem altbewährten Motto, nichts zu sehen hier. Auch darüber und die Motive dahinter wurde auf diesem Kanal bereits berichtet und spekuliert. Kurz zusammengefasst, ich denke, das Pentagon hat niemand anderen, braucht aber jemanden, der in der aktuellen Enthüllungsstimmung der Aufdeckung möglichst viele publizistische Knüppel vor die Füße wirft. In der Hoffnung, dass die Mainstream-Presse das aufgreift und schluckt. Das leistet der gute Doktor mit seiner blasierten Art hervorragend. Ich habe mir das neue Interview nicht angehört, aber ausführliche Zusammenfassungen darüber gelesen und Ausschnitte gesehen. Das heißt, hineingeschaut habe ich schon, aber es ist echt schwer zu verdauen, da bereits das Intro vor Herablassung und Sarkasmus nur so strotzt. Mit Dr. Brian Keating als Fragesteller hat der Ex-Aero-Chef diesmal einen, wie man im österreichischen Fußball sagen würde, Jausengegner. Soll heißen, ernsthafter Gegenwind war nicht zu erwarten. Keating ist zwar offen für das UFO-Thema, gehört aber eher zum Lager der Skeptiker. Und so kam es auch. Kritische Fragen gab es offenbar nicht. Soweit ich das überblicke, hat Dr. Kirkpatrick, der wunderbare Dr. Kirkpatrick, das Interview bravourös dazu genutzt, seine bekannten Positionen und üblichen Stehsätze unterzubringen. Tja, wer sich das Ganze selbst antun möchte, Link in der Beschreibung. Nach meiner persönlichen Einschätzung sind das, wie gesagt, die letzten, aber zunehmend schwächer werdenden Abwehrversuche der Gatekeeper, die Enthüllung zu verhindern oder zumindest zu diskreditieren. Mal sehen, was die nächsten Wochen so bringen. Es ist jedenfalls recht gut möglich, dass Interviews dieser Art schon in wenigen Monaten sehr, sehr alt aussehen werden. Matt Ford von The Good Trouble Show hatte in der letzten Zeit nichts Neues hochgeladen. In seinem Comeback-Video vor ein paar Tagen erklärte er auch wieso. Neben einem kaputten Computer hat ihn sein Brotberuf, nämlich Beleuchtungschef bei der Pen & Teller Show in Las Vegas, länger abgehalten. Das erzählt er in einem ziemlich langen Video ohne Studiogast, recht ausführlich und man erfährt auch sonst so einiges aus seinem Privatleben. Aber natürlich auch seine Einschätzung der UFO-Geschehnisse der letzten Wochen. Alles durchaus interessant, wenn auch nicht sensationell. Link zum Video in der Beschreibung. Aber da ist noch mehr. Eine meiner Spezialitäten ist es nämlich, ein bisschen genauer hinzuhorchen, Spreu vom Weizen zu trennen und Nadeln im Heuhaufen zu finden und noch einige Metaphern mehr. Und so gab es in seinem Video doch die eine oder andere Sache von Bedeutung und sogar eine, von der ich zuvor noch nie etwas gehört habe. So berichtet der üblicherweise gut informierte Matt Ford, immerhin auch Mitarbeiter der Sol Foundation und des UAP Disclosure Funds, von einem zweiten Tic-Tac-Vorfall der US Navy. Der berühmte Tic-Tac-Vorfall von 2004 gehört ja zu den am besten dokumentierten UFO-Begegnungen überhaupt. Laut Ford gab es jedoch mindestens noch einen zweiten und dieser sei sogar noch besser dokumentiert. Arrow wisse davon und besäße die Daten, würde den Kongress aber absichtlich nicht darüber informieren. Außerdem berichtete Ford von einem geselligen Wochenende auf der Ranch von Lou Elizondo in Wyoming. Solche Wochenendeinladungen an größere Personengruppen, Retreat genannt, sind in den USA ja üblich und weit verbreitet. Dabei werden Freunde oder Arbeitskollegen mitsamt deren Familien auf ein privates Anwesen eingeladen. Matt Ford erzählt nun, dass er bei diesem Retreat unter den vielen Gästen einer der wenigen gewesen sei, der nicht für das US Militär oder den US Geheimdienst arbeitet. oder früher gearbeitet hat. Und dabei kam es zu interessanten Begegnungen. Dazu fort, viele dieser Leute mit den höchsten Freigabestufen kamen zu mir und sagten, Matt, danke, dass du die Show machst. Du sagst Dinge, die wir nicht sagen können, weil wir unseren Sicherheitseid verletzen würden. Du tust das Richtige. Jeder, der dort war, hatte im Rahmen seiner Arbeit mit der UAP und UFO-Problematik zu tun. Entweder als Teil ihres aktuellen oder früheren Portfolios. Alle, insbesondere Menschen, die, sagen wir mal, Satellitenaufnahmen sowie geheime Produkt- und Radaraufnahmen ansehen können, sagten zu mir, es besteht kein Zweifel daran, dass es UFOs und UAPs gibt, die ein erhebliches nationales Sicherheitsproblem darstellen. Es ist nicht China. Es ist nicht Russland. Und jeder in der CIA und im Pentagon, im Energieministerium und anderswo weiß, dass es nicht menschlich ist. Es besteht kein Zweifel, dass es so ist. Es besteht kein Zweifel und es wird vor der Öffentlichkeit verborgen. Natürlich geht es bei solchen Erzählungen auch immer um die Verlässlichkeit der Quelle und um Vertrauen. Dazu kann ich nur sagen, ich vertraue Matt Ford. Wem das jedoch nicht genügt, an einer anderen Stelle des Videos präsentiert er mehrere Clips mehrerer, zum Teil ehemaliger, oberster Sicherheitschefs der USA. Der sogenannte DNI, Director of National Intelligence, steht als leitender Boss über allen Geheimdiensten. In diesen drei Clips sagten die ehemaligen Direktoren James Clapper, der unter Obama den Posten bekleidete, John Radcliffe, der das unter Trump tat und die aktuelle Direktorin Averill Haynes, alle im Prinzip das Gleiche. Es gibt UAPs, wir wissen nicht, was sie sind. Sie sind potenziell gefährlich, zumindest für die Flugsicherheit und möglicherweise außerirdisch. Das wird gern übersehen, nämlich die Tatsache, dass sich oberste Beamte der USA immer wieder und bereits sehr deutlich zu der Realität des Phänomens geäußert haben. Diese Kompilation ist eine deutliche Erinnerung daran. Link zu der genauen Stelle im Video von Matt Ford, ebenfalls in der Beschreibung. Ein wiederkehrendes Thema auf diesem Kanal ist auch die zunehmende Beschäftigung der Wissenschaft mit dem Phänomen. Nicht nur einzelne Forschende, sondern auch immer mehr Institutionen und Gruppen interessieren sich für dessen verschiedene Aspekte, forschen und halten dazu regelmäßig Vorträge, Seminare und Tagungen. So gibt es auch an diesem Wochenende wieder eine solche. Genauer gesagt hält die Society for UAP Studies ihre Jahreskonferenz ab. Ob die anwesenden Damen und Herren dabei spektakulär Neues enthüllen werden, lässt sich noch nicht sagen. Falls ja, werden wir darüber berichten. Aber allein die Tatsache, dass sich dort dutzende Wissenschaftler treffen, die sich von dem alten Stigma nicht mehr abhalten lassen und einer Reihe von Vorträgen zum Thema UFOs und Co. lauschen, ist für sich bereits bedeutend. Hier ein Screenshot einiger der geplanten Vorträge. Link dazu in der Beschreibung. Die Seite enthält auch Hyperlinks zu den Kurzvorstellungen, sogenannter Abstracts, der Vorträge. Was mir dabei gleich recht gut gefällt, ist der erste Vortrag, der sich mit Außerirdischen beschäftigt, mit Aliens, Extraterrestriern, nichtmenschlichen Intelligenzen, den Anderen, den Besuchern oder wie man sie auch immer umschreiben möchte. Und zwar unter einem mir bisher nicht bekannten Begriff. Nämlich O-I-L, Other Intelligent Life. Jetzt ist EUL vielleicht nicht die charmanteste Abkürzung, die man sich vorstellen kann, aber von der Bedeutung her, also anderes intelligentes Leben, gefällt sie mir sehr gut. Solange klar ist, dass wir nicht von Elefanten, Delfinen, Raben und Oktopussen reden. Was ich außerdem noch herausstreichen möchte, ist die Tatsache, dass mir bis auf Dr. Kevin Knuth niemand der Vortragenden etwas sagt. Und sie von Institutionen kommen, von denen ich bislang noch gar nicht gewusst habe, dass dort ebenfalls zu dem Thema geforscht wird. Die Botschaft ist vielleicht noch nicht bei den Medien angekommen und vielleicht auch noch nicht bei unseren Akademikern, aber das Feld der UFO-Studien und der daran Beteiligten erweitert sich geradezu stündlich. Man könnte fast annehmen, dass mehr hinter dem Phänomen steckt, als der falsch identifizierte Planet Venus, Drohnen oder Sumpfgas. So, diese UFO-News nähern sich hier am Ende. Wer danach noch nicht genug von mir hat, den möchte ich an dieser Stelle auf ein Gespräch auf dem Podcast Sagenhaft und Sonderbar verweisen, bei dem ich vorgestern zu Gast war. Über zwei Stunden lang plaudern wir da über den kommenden Enthüllungsherbst, aber auch über das Dokument der amerikanischen Polizeipräsidenten, über UFOs und der Vatikan, die untoten Nazca-Mumien und noch vieles mehr. Ein, wie ich behaupten möchte, tiefgehendes Update zur aktuellen Situation und zu den zu erwartenden Entwicklungen der nächsten Zeit. Wer sich eher für die Innereien der amerikanischen Gesetzgebung interessiert und wann in welchem Teil der Regierung demnächst vielleicht welche Anhörungen zu erwarten sind, dem empfehle ich das Interview mit dem Capitol-Reporter Matt Laszlo auf dem Podcast Psi Activo. Hier werden sie geholfen. Und wer sich eine Dosis Enthüllungsoptimismus geben möchte, der sollte sich das neueste Interview mit Steve Bassett auf Cosmic Road ansehen. Unter anderem führt der langjährige Ufo-Lobbyist auch durch einige der wichtigsten Passagen des neu aufgelegten Schumer-Browns-Gesetzesentwurfs. Bassett ist übrigens nicht nur optimistisch, dass es bald zur sogenannten Enthüllung kommen wird, sondern auch zu offenem Kontakt zu unseren, nun ja, Besuchern. Oder eben Oil. Wer dann immer noch mehr möchte, auch Daniel Sheehan hat wieder ein Interview gegeben. Diesmal wieder dem ThatUFO-Podcast. Ich bin noch nicht durch, aber immerhin habe ich daraus erfahren, dass, wie ich bereits vermutet hatte, die verschiedenen Enthüllungsorganisationen zusammenarbeiten und auch den US-Kongress intensiv beraten. Etwa indem sie bei der Erstellung von Gesetzesentwürfen helfen. Etwa für einen besseren Schutz von Whistleblowern. Wer es lieber heimisch hat, den kann ich noch auf den Kanal Alien Contact verweisen. Die Betreiberin hat immer wieder interessante Gäste zu bieten, zuletzt unter anderem Robert Fleischer oder den UFO-Autor Preston Dennett. So, das war's nun aber wirklich. Bitte nicht vergessen, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht habt, ja, ich meine dich. Und vielleicht eine Kanal-Mitgliedschaft in Erwägung ziehen. Außerdem erinnere ich daran, dass ich für Vorträge buchbar bin. Auch etwa im privaten Kreis und gegebenenfalls per Videocall. Das Thema ist wirklich extrem in Bewegung und ich möchte mein Möglichstes dazu beitragen, dass das so bleibt und noch weiter Fahrt aufnimmt. In diesem Sinne, genießt noch den Sommer oder flieht vor der Hitze. Aber immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.